Und damit guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play This Universe Online. Ja, ich habe gerade mal die Butze Katze angeschrieben, was denn so bei denen läuft, weil es ist inzwischen wahrscheinlich 3 Uhr nachts und wer ist online? Die Butze Katze. Wer sonst? Die laufen gerade, das sind die neue PvP-Map und ich bin einfach, ihr kennt meine PvP-Skills. Am liebsten hätte ich jetzt hier gerade mal so ein paar PvP-Beispiele, aber geht einfach auf den, ne, keine Ahnung, ne, keine Ahnung. Könnt ihr euch eine Kartoffel angucken, habt ihr mehr PvP? Ähm, die Iceberg Lounge, die... Boah, können wir die... Hm. Ich meine, was heißt, können wir die? Probieren wir die, ist die Frage. Mann, natürlich. Achso, ihr müsstet eigentlich noch die Mod hier raufmachen, Penetrating Strikes. Verdammt. Das ist echt, das ist echt eine starke Mod. Dammit. So, dann willkommen in der Iceberg Lounge. Ich höre gar keine Musik. Das ist normal. In den Klamotten? Äh, das ist jetzt euer Ernst. Will ich jetzt die Pinguine umbringen? Scheiße. Einfach, weil ich kann. Kannst du... Give a shit. Jünger mal zu Lex. Hört ihr auch das Infozeichen? Ah, das klingt nicht wie eine Wurzeichen. Das klingt irgendwie wie was anderes. Du hast uns alle trinkt. Ich glaube, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Okay, dann mache ich jetzt noch ein bisschen Dance-Challenge und so, ne? Ich habe die Moves, Alter. Gehen mich kommst du nicht an, Bruh? Hey, 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 hey. Bam. Ja, ich gebe umst, ja. Aber fällt auch nicht auf, dass ich einen Super-Headenanzug trage, da. Das ist ein Super-Headenanzug trage, das ist ein Super-Headenanzug trage. Oh. Kabel-Pot. Oh nein. Die beiden schon wieder. Hallo. 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 Ich weiß nicht, wie es das aussieht. Aber der Pinguin hat die Katwoman capturiert. Wir können jemanden mit deiner Expertise benutzen. Ja, bitte! Das ist das, was die Leute machen, oder? Besonders, wir haben den gesamten Joint mit Explosives, wenn ihr versucht, uns in zu verbreiten. Sie ist richtig. Sorry about that. Wir sind vorbereitet für Pinguin. Also, ihr in oder aus? Ja! Hörst du das, Kette? Wir kommen, um dich zu retten! Hör auf, Harley! Oder die Pinguin-Guner werden uns hören. So schnucklich die Beden. Ach, ne. Das ist der Pinguin-Sperger! Oh! Was ist das? Hier ist der Punchline! Punchline! Öh! 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 Led, Wh church! Spannendi! Stav circelt Angry Bird 3 Der War so schlecht, der Joke! ´ Ich brauche aber echt die Mod auf meinem Brustpanzer. Ich überlege auch, ob ich echt nochmal den anderen Brustpanzer anziehe, weil so viel macht ja der neue gleich aus, denke ich. Ähm, hier ist gerade, ähm, Pangobot Maximus. Der entwickelt sich jetzt jedes Mal weiter. Ja, ich bin amasch. Ah, alles klar. Immerhin, den kriegen wir schon mal. Hey Harley, ist das ein neuer Hammer? Oh, du merkst. Ja, der letzte hatte zu viel Blut. Die Jokes sind die besten, Alter. 142, weil das okay. Digga. Als ob ich die jetzt nehme. Nehme ich den Ring natürlich. Habe ich eh viel nötiger. Ah, du merkst. Harley, ist das ein neuer Hammer? Du hast es bemerkt. Ne. 33% Defense. 3.797 Toughness. Und das hier ist einfach nur eine Brust. Ich denke, die Brust ist stärker als die Brust. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde die jetzt erstmal tragen, bis ich die neue Motor wieder drauf habe. Ähm, von da kam der, ne? Ja. Und dann mal hier. Ein Infozeichen. Z. 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 The creep gives birds everywhere a bad name. And Oracle said that Batman's got a guy on the inside for opening night. For now, I'm going to avoid that place. It's like a prehistoric penguin barfed up in Art Deco bird sanctuary. Mm-hmm. Ah, Zatanna. Der Wechsel vom Ring macht wahrscheinlich gerade mehr aus, als wenn ich die Brustplatte jetzt gewechselt hätte. Ich kann diese Tür öffnen. Das meine ich auch gerne. Hey, Red, you got any Bobby Pins? Are you kidding? You're using Bobby Pins? Oh, wait. Never mind. I found one. No, I put the ugly, the point. Cut it out. Ah, Tiere. Uh-oh. Someone's found an airs. I'll send it light. Ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt Defense und Toughness Hammer bestimmen, ne? You're one dead duck. Oh. Almost there. Got it. Sehr schön. Na, noch einen Spruch ablassen? Kenn dich doch. Hier lang? Nein. Da lang? Ja. Prost. Prost. Ja, schon wieder was. Ah, da. Und die CR steigt und steigt. Das freut mich immer wieder. Na, kommt. So schlimm kannst du ja nicht werden. It's a trap. We need to get out. Fast. It's a trap. My darlings will clog the vents. Use them to stop the gas. Okay. Musst mal kurz hier. Dankeschön. Banzai. Friend. Friend ist so mehr oder weniger. Ali ist zwar lustig, aber Freunde. Naja, eigentlich sind wir Feinde. Becker Porkel. Der kriegt doch echt auch die Fresse von uns. Was war das? Im Ernst? Ich hatte ja einen Drink genommen oder so, wenn ich auf die Fresse bekommen hätte. Mein Leben war voll. Und dann war es leer. 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 Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Quinzie's. Quince. 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 Na, jetzt warte ich kurz, bis meine Sachen wieder aufgeladen sind, oder? Was sagt ihr dazu? Eure Meinung? Also ich muss sagen, den Orbital Strike den hab ich richtig geil gesetzt, oder? Hab den gerade den Penguin umgeworfen und dann den Orbital Strike geklatscht? Der hat geklatscht. Und der hat auch mal Hälfte des Lebens verloren. Hätte ich noch einen gehabt, wär super. Wär aber auch irgendwie unwahrscheinlich. Ihr braucht mir übrigens nicht in die Kommentare zu schreiben, dass ihr das Ding schon mit 160 gelaufen seid und durchgekommen seid. Glaub ich euch ja. Hey. Leuchtet mich das eigentlich noch? Oder ist mehr so ein Deko-Effekt? Naja, so ein bisschen, ne? Ich kann das leider nicht sehen, weil ich auf meinem zweiten Bildschirm leider auch DC sehen muss. Ah. Aus dem Grunde, dass DC Multimonitor nicht unterstützen will. Probieren wir es ohne? Wir probieren es ohne, oder? Das ist eine total dumme Idee, glaub ich. Guck mal, wenn wir es jetzt ohne probieren, können wir es nächste Mal mitprobieren. Genau. Gab's hier irgendwo ein Heifers? Da gab's ein Heifers. Was ist das? Ich mag nicht, dass ich meine Hände verbrechen habe, aber ich werde eine Exception für dich machen. Hier ist der Wind-up. Geh es einfach auf einen alten Heifers. Was ist das? Wuppi! Oh. I'll put the fun in your fun, oh, rump. Watch the tux! Oh. So, you wanna play rough? I have an umbrella for every occasion. Oh. Leben. Danke. Nein, Null. Aua. Verdammt! Die Null. Ich krieg' nen Raster. Aber so ein Ausraster gleich. Hat so gut geklappt. Aber das schaffen wir doch wohl, oder? Mann, warum fliege ich mal durch diesen Raum? So ein Drecksscheiß. Pisskacke. Oh. Hä? Ich habe sogar geblockt. Einfach nee. Nee. Okay. Sagen wir einfach, wir sind eben noch nicht gewachsen und freuen uns darüber, wenn wir es beim nächsten Mal schaffen. Ich muss dieses Ding jetzt leider verlassen. Ich meine, wir haben einen super tollen Ring bekommen. Damit kann ich jetzt leben. Damit kann ich leben. Na, nicht HQ, sondern Base. Haben wir schon mal falsch gemacht. Alter, ich kriege ein zu viel. Es ist halb vier morgens. Wie heißt das Ding noch mal? Penetrating Strikes. Genau. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Dieses... Ähm... Ähm... Diese ganzen Mods für zu Hause. Die sind die besten. Also jetzt hier so, ähm... Die müssen wir noch hochkriegen. Das schaffen wir auch noch. Das kriegen wir noch hin irgendwann. Und dann passt doch die Wurst. So, aber ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, das wär's für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play. Diesmal online. Nicht vergessen, den Däumchen da zu lassen. Das wär nämlich ein Träumchen. Hat sich gereibt, versteht ihr? Deswegen war's witzig. Nicht? Naja. Wenn nicht, dann nicht. Mich soll's nicht stören. Tschüss.